Hallo zusammen, hier ist Kai bei Thule. Ich glaube bei Thule war ich noch nie, aber die haben was cooles hier. Nämlich einen neuen Fahrradträger. Ja Leute, wir sind tatsächlich bei Thule. Ich glaube es auch nicht. Ihr vermutlich auch nicht. Da waren wir glaube ich noch nie. Die haben einen neuen Fahrradträger entwickelt und der ist verfügbar unterm Markt. Und das Ding zeige ich euch mal kurz mit Hilfe von einem netten Thule-Mitarbeiter. So, hier seht ihr jetzt die Anhängerkupplung. Dieses gesamte Teil hier kommt von Thule. Das wiegt 46 Kilo. Wird angebaut. Hier seht ihr auch, da wird auch was von der Stoßstange ausgeschnitten. Das ist jetzt hier ein bisschen rudimentär gemacht. Die gibt es im Ersatzteilhandel auch in Schön. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Hier haben wir ein Schloss. Das wird geöffnet und dann schwenkt hier das ganze Ding raus. 150 Kilo könnt ihr da drauf bauen. Das ist also mal eine ordentliche Belastung. Drei Tonnen ziehen mit diesem Pümpel. Auch das geht sonst häufig nicht mit anderen Fahrradträgern. Ja und dann wird das ganze wieder zugemacht. Verriegelt. Und natürlich gibt es auch einen Thule-Fahrradträger. Wäre komisch, wenn nicht. Der wird dann einfach hier auf den Kugelkopf gestellt. Hebel rumgelegt und gut ist. Also das ist ziemlich simpel zu machen. Je öfter man es macht, desto besser klappt es. Flutsch könnt ihr eure Bikes draufstellen. Es muss kein Thule-Träger sein. Ihr könnt auch einen anderen Träger nehmen. Aber Thule bietet halt auch einen an. Das ist ein richtig cooles System. Ja und zurückklappen ist dann genauso einfach wie es aufklappen. Und einbauen kann euch das euer Händler, wenn ihr wollt. 2550 Euro kostet euch das. Inklusive E-Satz und eben allem, was von Thule kommt hier. Ohne den Fahrradträger und ohne Einbau. Also das ist nicht ganz billig, aber es ist ziemlich clever. Denn ihr könnt halt easy die Türen aufmachen, wenn die Anhängerkupplung noch verbaut ist. Ja und wenn ihr den Fahrradträger auch möchtet. Der kostet auch so rund 1100 Euro. Auch der ist neu. Sehr flexibel. Und ja, da könnt ihr locker zwei E-Bikes draufstellen. Und seid dann gut versorgt. Also ja, das hat Hand und Rat. Der Fahrradträger von Thule, den ich gerade gezeigt habe, 17 Kilo. Jetzt wisst ihr, was ich auch weiß. Und ihr könnt ihn euch auch gerne angucken. Hier, Jo, cool, oder? Nicht ganz billig, aber eine aufgeräumte Sache und die Türen gehen auf. Weitere technische Informationen zu diesem Träger findet ihr auf der Thule Website. Ich sage danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Mit Kopilo, Friedrich und Flauschi an Bord. Reisen wir durch Länder von Süd bis Nord. Abenteuer rufen, wir hören den Wind. Mit Zottel und den Bären. Das Leben beginnt. Kai und die Bären. Auf Reisen unendlich weit. Zottel rollt weiter. Es ist die beste Zeit. Mit jedem Kilometer.